Bekanntlich gibt es den KRONE Cooliner auch mit Pharmazertifikat, somit das ideale Fahrzeug auch für den Transport von Impfstoffen. Aber um ehrlich zu sein, dient uns der Cooliner in diesem Beitrag nur als Trittbrett. Denn wir möchten heute nicht in erster Linie für KRONE trommeln, sondern de facto für das Impfen selbst. Fahrerinnen und Fahrer sind heute leider Mangelware, daher gilt es die, die wir haben, durch Impfen zu schützen. Und dafür gibt es äußerst überzeugende Argumente. Aufbereitet durch Ranga Yogeshwar und durch KRONE TV, transportiert in die Trucker-Welt. Die Covid-Impfung ist der bestmögliche Schutz vor einer Infektion. Leider nicht zu 100 Prozent. Und wenn es euch trotz Impfung erwischt, ist aber der Krankheitsverlauf ungleich milder. Und merkt euch bitte die nachfolgende Zahl. 99,5 Prozent aller Todesfälle waren nicht geimpft. Wir schlagen uns derzeit mit der Delta-Variante rum und die ist deutlich ansteckender als seine Vorgänger. Die aktuellen Vakzine haben aber auch Delta gut im Griff. Das gilt hoffentlich auch für alle weiteren Varianten, ist aber leider nicht garantiert. Ergo müssen wir den Mutanten weniger Gelegenheit geben, sich verändern zu reproduzieren. Stichwort soziale Medien. Corona ist die erste Pandemie im Zeitalter von Twitter und Instagram oder was auch immer. Und jeder Depp mit Aluhelm kann dort jeglichen Unsinn verbreiten. Aber ein Beitrag, der tausend- oder zehntausendfach geliked wird oder wie das auch immer heißen mag, wird nicht automatisch richtig oder wahr. Lasst euch nicht verunsichern. Gut 60 Prozent aller Bundesbürger sind mittlerweile, genau wie Aileen und ich, zweimal geimpft und es geht uns saugut. Und natürlich gibt es Nebenwirkungen wie den gern zitierten entzündeten Herzmuskel, aber den kannst du dir auch nach einem verschleppten Schnupfen einfangen. Nehmt euch bitte acht Minuten Zeit für das komplette Video von Ranga Yogeshwar. Denn wir brauchen euch in der Zugmaschine vor dem eingangs erwähnten KRONE Q-Liner, ob nun mit oder ohne Pharmazertifikat.